Enchanté, ich bin's, Ryan Gosling. Diese popligen 5 Sekunden hätten jetzt 5.649 Euro gekostet, wenn ich tatsächlich Ryan Gosling wäre. Bin ich aber nicht, ich bin Jan. Und ich zeige euch jetzt mal, was 5.649 Euro mit Hilfe der Spendenplattform betterplace.org alles bewirken können. Sie ermöglichen zum Beispiel Obdachlosen ein würdevolleres Leben. Sie pflanzen über 130 Futterbäume, um Koalas vor dem Aussterben zu retten. Sie finanzieren zwei dringend benötigte Betten für das Kinderhospiz Bärenherz. 1400 Flüchtlinge in Mali sichert dieses Geld eine medizinische Grundversorgung. Und schickt eine Klasse in Gambia ein ganzes Jahr zur Schule. Und selbst dann ist immer noch genug übrig, um einem bedürftigen Berliner Kind zumindest ein Mittagessen zu sichern. Mal ehrlich, schon ein bisschen geiler als 5 Sekunden mit Ryan Gosling, oder? Ich sag doch, ich bin's nicht!